Wir von der Körnsteiner Schule in Stuttgart, der Meisterkurs, hat sich ein bisschen gefreut an der Schulung teilzunehmen. Wir sind hellauf begeistert von den Materialien, von der Verarbeitbarkeit, von den neuen Techniken. Ja, richtig, glaube ich, wenn ich nur anschließe, es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze zu machen. Was ganz Modernes, was ganz Anderes, was Individuelles, Kreatives, wunderbar.